So sieht es hier morgens aus, ne? Ja, hier eins. Oh, runtergefallen, Paulinchen. Guck mal hier. So. Oh. Baller. Ja, sind dir selber schuld. Zur Belohnung, weil du gestern so viel Angst hattest, ne? Ja, gestern war ein schreckliches Gewitter hier. Ich habe echt gedacht, uns kracht der Dach auf den Kopf, ne? Ach, jetzt geht die kleine Ziege aber auch mal bellen, ne? Ja, ne? Ja. Der Bruno und der Kali haben gerade auch hiervon gegessen, weil wir das Unwetter überlebt haben, ne? Und den neuen Sack aufgemacht haben, ne? Ja. Ja, ne? Da dürfen alle mal ein bisschen, ne? Ja. Gerade, Steli, Steli, du hast mir gestern so leid getan. Was hast du geweint und gezittert, ne? Ja. Da kommt der ganz Große, ne? Hm? Hm? Ach, da hinten ist auch noch das Katzenschädchen, das sie geputzt haben. Ja, Paulinchen, sind wir alleine? Dann ist es schön. Ne? Hm? Ja, ne? Dann kannst du gleich schön rausgehen, ne? Deinen Morgenspaziergang machen, Paulinchen. Hm? Ja, meine kleine Maus. Ja, ne? Gewöhn dich nicht dran, Steli, ne? Das ist jetzt mal eine Ausnahme, ne? Hm? 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 Hm, Schnuggibuggi? Hm? Hm? Ja. Hm? Da schmeckt Paulinchen, ne? Der Schnuggi ist jetzt gegangen, aber der hatte da in seinem Schüsselchen auch ganz, das heißt ganz viel, jede Menge davon drin, ne? Ja, der ist jetzt satt, ne? Was ihn nicht hindert, wiederzukommen, wie ich gerade aus dem Augenwinkel sehe, ne? Ja. Treff ich dich? Ja. Wenn man durch die Kamera guckt, ist das doch ein bisschen anders, ne? Ja, guck mal. Hm? Bei dir passt immer noch was rein, Schnuggi, ne? Ach, komm, kleiner Pupsi-Mann. Ja, ne? Das ist von der Petra das super, super Futter, ne? Das Ablauf-Super-Futter, ne? Hm? Aber nur, weil ich jetzt auch den Sack neu aufgemacht hab, ne, Carly? Oh, hm. Hm? 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 Ja, Paulinchen liebt das ja auch, ne? Ja, guck mal.